Also wenn ich an Donald Trump, Wladimir Putin, Recep Erdogan und sie über Lusconi muss denken, ob ich gerade einen Wustanfall bekomme. Meine Hausröhre ist gerade verstopft, so dass sie richtig hart wusten muss. Das sind die Korruptesten, die es auf der Welt gibt. Es gibt eigentlich nur eine Ministerin, die nicht korrupt ist, und das ist Dr. Angela Merkel. Die ist sozial und die hat auch ein Herz für Flüchtlinge. Und auch andere bereichern sich einfach nur. Die Einzige, die sozial mit dem Geld umgeht, ist Angela Merkel.